Als Langzeitarbeitsloser und Langzeitsingel macht mir das schon Angst, dass so viele Männer kommen, die, ich sag mal, Konkurrenten im Kampf um die verdammt knappen Jobs und um die verdammt knappen Frauen sind. Warum kommen nur Männer? Ich würde mir gerne hier eine Flüchtlingsfrau abholen, eine junge, ledige, attraktive, heiratswillige Flüchtlingsfrauen, mit der eine Familie gründen, weil die deutschen Frauen, die finde ich so übersättigt, ignorant und dekadent. Und ich bin lieber temporär braunes Pack als Langzeitharzer.